liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play ich wieder stress da unten herzlich willkommen zurück zu let's play infamous second son geh mal weg da hallo bewusst kann ich jetzt das meine aktivisten für den zweiten gar nichts ich habe es nicht so genau wir machen weiter mit dem mit der vermutlich erobern oder zumindest beginn der oberen dessen nächsten viertels wir wollen ja auch endlich mal ein bisschen im spiel so weiterkommen das ding jetzt gerade ach so das ist oder kann man das ja drückt machen das ist gut aber es war gut jetzt aber so feierabend da ist das viertel freizeit damit jetzt folgen so viele missionen jetzt mal gemacht jetzt gibt es wieder mal ein bisschen mit oberen weiter dass wir das haben ja auch immer mal geschafft bekommen jetzt werde ich die mission durchfliegen aber die ganze oberung aus acht klassen nee ja ich will eine runde weder war geil gutes bild gutes motiv muss ich sagen kurz abgeschlossen wunderbar so wir müssen jetzt ein bisschen ich mache jetzt mal gerade kurz die things down ich hoffe dass ich von der entfernung ankomme ich habe das gefühl die mögen mich nicht so jetzt haben sie mich jetzt haben wir einer so jetzt haben sie mich jetzt haben wir einer so Upsi eigentlich war das ein anderer plan aber und ah upsi hat und ja und ja und ja ja so das problem ist einfach dass die jungs so die drohne ist da guck mal ich hab die jungen anderen schon dauerne gekriegt ja haltet hör mal das ist aber nett dann besiegen wir dich immer kurz ich hab doch gar nichts gemacht so jetzt geh ich mir die drohne holen die müsste hier runter gekommen sein hier ist sie so 89 prozent mittlerweile ganz hoch ganz hoch damit diese dinger müssten da irgendwo sein haben die denn schon die scheiß antennen gestellt oder sind das die da damit wir müssen sehen wo wir hin müssen ach gott sei dank stell dir noch weg holen so schnell doch den typen da weg holen haben wir noch mehr oder das ist die ich mag es nicht beobachtet zu werden ich hab mich mal hier ein bisschen mit dem neon auf da steht die scheiße das feierabend hier da gibt die drecks kamera gerade ich sehe sie nämlich nicht das lustige ist ja dass wir für das ding erstaunlich wenig feindpräsenz haben dafür dass hier die zentrale ist das ist gleich jemand um die ecke ist ja hier bist du denn da oben mein gott ist die hier oben oder was also der hier der appelt hier unten wieder rum was ist der denn mal ganz ganz gewaltig uiuiui uiuiuiui ich mag das nicht wenn man mich angreift mit deiner scheiß komischen kamera da ähm mit deiner scheiß links die sind alle oben ich vermute dass die echt alle über mir sind wissen wir da irgendwo haben wir darum okay da sind die oben das ist so nämlich gerade warum dann wundert mich das nicht warum wir unten keine präsenz ist was der So, mal kurz die Munition hier zerstören. So, ich muss vergessen, vergessen zu halten. Gute Nacht, der nächste Zentrale, äh, Waterfront hat keine DOP-Zentrale mehr. So, ich nehme mal die Scherbe hier mal mit. Ja, bitte. Gut, dann ist da auch Ruhe. So, die letzte Scherbe sitzt da hinten drin. Und damit reicht das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Infamous Second Son. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.